Dieses Video zeigt erstmal wie ich eine neue leere Welt erstellen will und zuerst mal den Monde de jeu auf kreativ stellen. Nouveau Monde. Und dann erstmal die Welt machen. Ich nenne die einfach mal leere Welt. Monde de jeu auf kreativ. Ne plus d'options. Structure. Non. Also keine. Und Monde muss auf Wii stellen. Also nicht Cheat, Kochfogolos. Non. Dupe du Monde. Monde plat. Personnalisier. Muss man hier. Hier hat man dann Minecraft Statewalk. Zweimal Minecraft Dirt und einmal Minecraft Gras. Und ein Village. Das kommt alles weg. Der auch. Der auch. Um zu arbeiten. Minecraft eher. Muss ich. Minecraft eher einfach. Ich probier's mal so. Funktioniert so nicht ganz. Ist ja fast gut der. Der. Selber. So. Ich probier's mal neu. Ich will noch ein bisschen Kolon reinmachen. Drei. Minecraft. Minecraft eher. So haut es nämlich hin. Also ihr habt dann alles schief gezeigt, dass es auch daneben hier gehen kann. Und so macht man das allerdings. Hier auf Terminé. Créé un moment monde. Also eine neue Welt generieren. Ich sag's. Weil ich Französisch liebe. Mache ich das jetzt auf Französisch. Man muss schnell. So mit sich jetzt. So mit sich jetzt. Ich bin jetzt die Welt. Man muss jetzt mal mit ein bisschen die positiven Y. Y-Achsen. Jetzt ist irgendwie eine komplett leere Welt. Eigentlich kann man da noch nix bauen. Also erstmal hier. Z-Block. Und dann diese geschwungene Planer machen wir mit. Altgroß. Und da auf das Plus. So. Und dann Minecraft. Irgendein Block. Sag ich mal. Gras. Zack. Und dann der Block wurde verziert. Block Placé. Und dann kann man hier eine beliebige Skyblock Welt. hinbauen. Eine Skyblock Welt ist hier hinbaubar. Und Kat. Skyblock kann man hier eine Skyblock Welt bauen. Und dann kann man hier so eine Insel hinstellen. Ich hoffe mal, dass es euch gefallen hat. Gibt es die Daumen nach oben. Wenn wir nicht weiter über die irgendwelchen Videos machen. Teil der Führung. Werden und abonnieren. Dann seht ihr weitere Videos von mir. Bis dann.